Tolle Landschaften, superschöne Landschaften, ein herzlicher Empfang, wie wir uns ihn nie hätten vorstellen können und die Schönheiten des Landes und der Reichtum, auch kulturelle, wie die Trommler. Eindrücke, die die Ostbelgier im Bild festgehalten haben, als sie in Burundi und Ruanda empfangen wurden und die sie jetzt in Eupen weitergeben möchten. Im Mittelpunkt ihres dreiwöchigen Besuchs stand die Arbeit der Projektpartner. Der jüngste Partner heißt Avidec und wird auch von der deutschsprachigen Gemeinschaft unterstützt. In Burundi hilft die Organisation vor allem Kleinbauern, die in dem hügeligen Land unter schwierigen Bedingungen ums Überleben kämpfen. Sie leben in extremer Armut, also am Anfang, wenn man mit ihnen anfängt zu arbeiten. Wie gesagt, die Erde ist kaum mehr brauchbar, sie muss erneuert, erfricht werden durch Kompostierung. Die Pflanzen, die sie benutzen, das Obst, das sie anbauen, ist nicht angepasst, ist nicht ertragreich. Die Kühe, die sie da haben, die traditionellen, werfen kaum Milch ab und dann durch den Klimawandel wird das alles noch verschlimmert. Durch angepasste Landwirtschaft versucht man, die Situation zu verbessern. Statt freilaufender Viehhaltung wird auf Stallhaltung umgestellt. Mit dem Kompost können die Bauern die Felder düngen, anstatt sie abzubrennen. Gefördert werden auch Filteranlagen. Hier können die Menschen in der Nähe ihres Hauses sauberes Wasser schöpfen und müssen keine langen Wege zu verschmutzten natürlichen Quellen zurücklegen. In den Gärten werden alte Gemüse- und Obstsorten durch ertragreichere ersetzt. Damit das alles gelingt, bieten die Partnerorganisationen Aus- und Weiterbildungen für die Bauern an, die ihr Wissen an andere Gruppen weitergeben sollen. Das klappt dann noch besser. Also wir haben wirklich eine Gruppe Frauen gesehen, da haben sich dann andere Gruppen noch gebildet und die haben uns erzählt, dass sie jetzt Land gekauft haben, dass sie da jetzt vermarkten und wirklich ganz selbstständig ihr Leben verbesserten. Es geht darum, dass die Menschen langfristig, das ist das Wunschziel, ohne finanzielle Unterstützung auskommen. Noch aber sind die Menschen dort auf Hilfe und Erfahrungsaustausch angewiesen. Dazu dienen auch Reisen, wie die von Miteinander teilen. Die Ausstellung mit den Fotos aus Burundi und Rwanda ist noch bis Sonntag im Eupner Kolpinghaus zu sehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017